Zeppling, wo ist der Zeppling? Gib ihn noch her. Mann. Kann eigentlich nur mal zwei Stück nach Hause kommen, ne? Das ist doch total lächerlich. Porten habe ich auch keine mit, damit ich mir die Schweine hätte mitnehmen können. Ist ja nichts schlimm. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das ist doch schon was. Ja, noch ein bisschen dringens rum. Ein rasierter Baum. So, wie viel haben wir nur mit? Sechs. Naja, das ist erstmal okay. So, ah, da ist der Wegweiser. Sehr gut. Ach, das war... Ich wäre jetzt nämlich irgendwo da lang gerannt, glaube ich. Oh, ich sollte das lieber lassen, ey. Ich kann nicht pfeifen, ich kriege keine Melodien. Und so weiter. Hm, 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 hm. Hm, hm. Na, Mann, du könntest auch da. Du musst das auch sagen. So, in diese Richtung. Wozu habe ich bitte hier diese Schaufel mit, wenn ich sie nicht benutze? Schafe, die können wir mal tierisch in Ruhe lassen. Quasi. Quasi. Er hat quasi gesagt. So, und dann ein paar gelbe Blümchen. Jo, und dann ein paar rote Blumen. Und dann ein paar Seeds. So, ich glaube, in die Richtung mach's. Oh, entgegen der untergehenden Sonne. So, ob wir es noch rechtzeitig schaffen werden. Ich bin gespannt. Oh, Mann, fuck you. Ähm, Verzeihung. Oh, mein Gott. Nein, ich habe Angst. Wohl ein bisschen ausgerüstet sind wir schon. Diese Blumen, die sind zum Beispiel auch für mich neu. Da halte ich mal ein paar mit mir. Und diese Blümchen oder so. Was ist das? Mensch, komm mit. So. Und hier sind Schweine. Und hier sind Kühe. Das ist voll geil. Muu. Komm mit, ihr Bobbock. Bobbock. Parkplatz die Sitzung Stück mitnehmen Alton Blitz achten doch bei Nürnberg nur ein Stückchen mehr anlocken muss sich hier noch vor sich Jetzt reicht das mal. Spinnenalarm. Stirb. Du stirbst auch. Stirb, 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 stirb. Ja. Monsterhunter 3 bin ich. Das war's schon. Wie seid ihr lahm? Das hat ja fast überhaupt keine Energie gekostet. Du kannst nicht schlafen, wenn ihr Monster in der Nähe sind. Ich bin blöd. Scheiß auf den Apfel. Der wird mal ganz knickisch weggesnackt. Ich kann jetzt schlafen. Hier sind nur noch Monster. Du bist blöd. Wo ist hier ein Monster? Oh, Zombie. Oh, mein fucking Enderman. Nichts gut. Nichts so gut, Enderman. Ah, du Scheiße. Ich hasse dich. Ich habe Angst. Komm, lass mich hier rein. Oh, ihr seid zu zweit. Fangen wir euch hin, Leute. Ich habe noch mit mir zwei Stück vielleicht. Höhöh. Seid ihr blöd. Kinder zum Beispiel. Mit einer Schaufel dran. Der ist ja krass. Oh nein. Ach komm, mach doch. Baby, 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 Baby. Baby, Baby, Baby. Ich bin ein blödes 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 Blödes. Ey, ich habe hier extra aufgemacht. Willst du du das weg? Oder was? Ich habe hier extra aufgemacht. Wenn ich zu langsam war, kann ich nicht schlafen gehen. Weil ihr hier keine Fackeln geplantet habt. Ihr dämlichen Trottel. Alter, kriegst du ihn noch drauf. Hast du gesehen? Jetzt mach hier Fackeln, Alter. So. Dann macht ihr Wupp Wupp. Wupp Wupp. Geh mir voll auf den Keksenstörb. Oder auch nicht. Ich hab's mir nochmal überlegt mit dir. Hä? So, wo ist jetzt hier die Schaufel, die der Zombie hatte? Die wollte ich haben. Oh, ein Ei. Hä? Oh. Oh. Weed. Zu einem Emerald. Hab ich ja ganz vergessen, mit dem können wir traden. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ein Emerald. Können wir das mal machen? Ja, das mache ich mal. Ich habe keine Ahnung, was ich davon machen kann. Oh ja. Stopp. He he. Komm her. Du bist blöd. He he. Ich bin ein blöd, 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 blöd. Da ist noch ein Creeper. Da ist noch ein Creeper. Ich bin der Creeper Hunter. Damn, damn. Und der Zombie Hunter bin ich auch. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Hö, 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 hö. Wenn du nicht hörst, kriegst du den da drauf, du blöde Spinne, Junge. Ist ja gut. Oh, oh, Creepers. Sagt jetzt bloß, ich kann wegen diesem fucking Enderman da nicht schlafen gehen, ey. Oh. Ja. Puh. Schlafen. Ich wollte gerade sagen, schlafen. So, okay. Creepy. Bam, bam. Und noch einmal. Und bam. Wo ist der andere? Wo ist er? Da war er. Trottel. Also ich bin der dumme Trottel. Ja, bist du eine feine Spinne? Ja. So, jetzt krieg ich ja bald Hunger, ne? Hunger. Eh, lass mich rein. Vor allem... Auf einer Bergbank, ein Brotbacken. So. Warum haben wir keinen Ofen? Ich dachte, wir hätten die einen Ofen hingebaut. Boah, ist das schon wieder nervig, ey. Komm, wir machen erst mal eine Tür wenigstens rein. Eine Tür. Du, 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 du. Da fehlt noch ein cooles Dach. Du, 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 dey. Oh, du, du, dey. Hüp. Zapp, 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 zapp. Oh, wir gehen jetzt arbeiten. Oh, ey, könnt ihr mal die Türen alle in Ruhe lassen? Oh, ein Emerald, acht Cookies. Das ist ein Angebot, Junge. Das ist ein Angebot. Ich liebe Keks. Und das ist so schönes Angebot. Gravel, Emerald, so viel Flint ist. Du bist so bescheuert. 17 Raw Chicken, ey. Dann vielleicht in die andere Richtung, du Penner. Lass doch mal hier die Türen offen, Mann. 18 Reed. So viel habe ich nicht, mein... Hier ist es nicht, ich liebe Kekke. Oh, oh, oh. Das ist ja wieder der. Ne. Hat der mal vernünftige Sachen im Angebot, oder was? Ja, das ist ja voll edel. Oh, 3 Emerald, Flint and Steel, das lohnt nicht. Das ist viel zu schnell selbst gebaut. Oh, hier ist auch keiner drin. Also die Cookies, die sind schon echt... Mäh. Mäh. Für 4 Emerald, du spinnst. 18 Wolle, bläh. Und 5 Glas. Das ist ja überhaupt... Das lohnt nicht, Leute, Mann. Die Lanza braucht nicht. Oh. Oh. Ich bin ein Winninger, ich mach komische Geräusche. Hopp. Hm, 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 hm. Und das schöne Weed nehmen wir noch mit. Wo ist der Cookie-Typ? Oh, ihr tauscht wohl gerade mal. Ja. Oh, das ist ja toll. Was bist du? Bäh. Bäh. Wo ist ja der... Oh, ja, das wollte ich ja noch was mitnehmen. Oh. Da kloppen wir den halt so aus der Wand. Der Schmied braucht nicht so viel. Eins reicht doch nur. Komm, nimm deinen Kopf weg nicht, dass ich noch drauf haue. Oh, dauert das lange. Oh, dauert das lange. Oh, oh. Da wird's langsam. Ich weiß nicht, ob das ich... Äh. Was? Lauft alle durch die Kamera, genau. Denk ich auch. Asi. So, jetzt ist er aber kaputt. Komm, flub. Mach flub. Mach ein flub jetzt. Danke. Uh. Ich hab's komplett kaputt gemacht. Oh, nein, ich will nicht mit dir tauschen, Mann. Du bist nicht der Kekstyp. Bist du der... Nein, bist du auch nicht. Du bist der Kekstyp. Das können wir machen. Das geht ja. Lecker Cookies. Mmh. Schmacko. So, jetzt hab ich keinen Stein. Und ich hab kein Garnix, weil ich die ganze Klamotten nicht mit hab. Weil ich die alle überall verstreute, hab ich auf der ganzen Karte. So, wir brauch schon Tür, wenn man ein Fenster hat. So, das Ding wollte ich noch mitnehmen. Jetzt nehm ich auch das wieder mit. So, mir egal. Komm, wir reißen das Haus da ab. Oder? Reiß ich das ab? Nee. Oh, Mann. Habe ich jetzt schon eben getan? Bist du verrückt? Bäh, bäh. Mann. Bäh, bäh. So, jetzt haben wir das Ding, das wir da... Zum Schmelzen. Schmelzen wir Sand. So, klar. also es ist alles hier am weg mann auf m zack 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 das kommt doch noch mal mit wir wollten ja schön bäumchen pflanzen auch hier in der nächsten umgebung da noch ein und hier noch ein und da ein und dort einen und hier ein und das war's das hier mit gras wegräumen wächst das eigentlich nach ich weiß es kann ich weiß es nicht scheiße um m m m schon ein bisschen was von dem glas fertig vier stück fünf stück ne ist ja schon mal was ne bop 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 ich mag die dicken gläser lieber so oh ja ähm mhm 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 dass man so herrsatz 2 mummy war Hipp doch doch muss ja so na bringst du jetzt die treppe an Das war falsch, wa? Machen wir nochmal weg hier. Ja, dankeschön. Ja, komm, reißen wir hoch ab hier. Weg. Zack, zack. So. Buff. Eins, zwei, drei. Weg davon. Ja, dankeschön. Aha. Jetzt bauen wir endlich ein Haus mit zweiter Etage. Juhu. Oh. Hm. Das könnte jetzt ein bisschen kompliziert werden hier. Das wird ja... Du musst das Fenster doch in die... Oh. Na doch, machen wir das schöne breite Fenster da rein. Ja. Ach, das ist doch scheiße, Alter. Das ist völlig verkehrt gemacht. Das wird bei weitem nicht breit genug. Höp. Höp, 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 höp. Scheiß, die Wand. Äh, wir müssen... Hier so runter. Hm. Ja. Das muss hier. Ja. Dann lassen wir hier ein bisschen rauf wieder. So. Und so. Hm, hm, hm. Hm? Hm. Judy, da hält mir das schon mal. Oh, da haben wir noch ein bisschen... Hä? So, das wieder hier dicht machen. Nicht, dass es reinregnet. So. Wir brauchen mehr Treppen. Weil ich wirklich eine zweite Etage schon drauf bauen. Ja, klar will ich eine zweite Etage drauf bauen. Also, hallo. Das ist ja noch keine Frage, oder? Na, jetzt wird das schon wieder dunkel. Das ist doch schon wieder blöd hier. Ich bin so ein Schisser, aber ich traue mich nicht nur nachtiger das Ding weiterzubauen. Noch nicht. Noch, noch nicht. Schlaf, schlaf, schlaf. Schlaf, so. So. Zack, zack. Hm, Kekse. Kekse, Kekse. Können wir jetzt wirklich einen Keks essen? Können wir welche holen? Hm, nein, ich warte mal ein bisschen. Dankeschön. Los, Kekse. Dankeschön. Los, Kekse. Was ich da gemacht habe. Hö, 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 hö. Ist voll den Scheiß hingebaut, ey. Der Picanto wieder, ey. Hat's hier voll gerissen, ey. So. Ähm. Hm? 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 Ich hab hier noch praunderны Baumstämmen hoch. Hoch. Ach. Die Kartoffeln. d das ist blöd 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 ich bin so blöd aber wir können auch schon zum bäumen damit ich bin ich blöd erst sonst gewesen sei nicht der endermann gewesen sein Nehme ich mal an. Ja, sehr schön. Die planten sich doch auch von allein wieder, ne? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Zack. Ansonsten habe ich noch ein paar von den Zeppelins. Gerade wieder aufgesammelt. Knochenmehl. Das können wir auch noch benutzen. Ja, das werden wir wohl mal machen demnächst. Hier steht ein Weg. Voll dämlich platziert hier. Voll der Nupio. Der die Dinger da hingepackt hat. Knochenmehl. So. Ach ja, ich brauche noch. Später lassen wir noch ein paar so. Mal. Hm, hm. Hm, hm, hm. Eins, zwei. Ein paar Stufen haben wir noch bei. Okay, fangen wir am besten hier so an. Stufen. Stop. Doch. Verkehrt rum. I'm loving it! Ah ne, das ist gar nicht verkehrt rum, das ist komplett verkehrt. Das falsche Ding. Nein, ich beherrsche es einfach nicht. Ja! Ja! Oh. Hä? Ja! Ich bin flach, aber es ist gar nicht verkehrt. Ich bin flach, aber es ist gar nicht verkehrt. denn dann soll es ja auch durchgehend sein 20 mal ganz viele von diesen treppchen das heißt wir brauchen noch ganz viel holz das wird bei weitem nicht reichen scheiße das reicht nicht ich bin damit immer spannend dazu wird wie ich mir das vorstelle vor allem so ein weiter aus das ist schon passt schon das passt schon danke oder eine noch dort gebaut schiff gehalten bin ich besoffen ich brauche mir gleich mit von der Leiter wieder nach oben gehen ich bin doch noch um die Hälte bist du voll krust der nach oben gehen alter schiff gedruckt macht er weg so schön 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 blöd schön wenn man hier so ein baum oder näher hat er immer wieder nach wächst so die dinge muss ich auch mal nach das ist ein bisschen wenig holz vor der Hütte okay ach ja der war doch recht gut eigentlich oder so und dann haben wir wir brauchen mehr holz wir brauchen und dann haben wir uns jetzt schon wieder viel zu wenig wieder ein Buch 17 Jahre zahl Hup, hup.